Willi Deutsch Ja, ich beginne diesmal mit den Herren. Ich sehe den Willi Deutsch. Jetzt bist du der erste Willi. Der Willi kämpft mit Gelee, Schalltragenkrawatte, ein wunderbarer Anzug und natürlich der passerschef Wurst dazu. Wunderbar, ganz ganz fisch und toll siehst du aus. Der Willi Thomas hat eine Jacke in Rot, sehr sehr schön, ein schönes Weinrot mit Wasser und Gelee. Für jeden Anlass wunderbar gekleidet. Eine tolle Kombination präsentiert von Willi Thomas. Ja und Daryli Sankt, was hat denn Daryli Sankt? Der hat einen eleganten Anzug. Er trägt dieses wunderbare Weinrot bei seinem Gelee. Und er passt wunderbar zu seiner Partnerin. Die Partnerin, die Marianne. Die Kostei, der Kostei, der sich stört genauer ist. Die Kostei, der sich stört genauer ist. Ich bin so fertig. Er trägt dieses zwei Geräusche. Die Kinder. Der sich nicht mehr zerstört übernü neighbors. Das war noch nicht. Der sich bisher aufznaut. Ich bin übernüberset. Die Kostei. Ich bin übernüberset. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.